Die Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit der Fujifilm Finepix F900 EXR ist ohne Frage überzeugend. Bei der Serienbildaufnahme im JPEG-Format werden sehr schnelle 10,9 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Die schnellste Bildserie ist mit 6 Bildern in Folge, aber nur kurz. Nach dieser werden dann nur noch 2,3 Bilder pro Sekunde gespeichert. Dass die Bildserie hier aber nicht vollständig abbricht, spricht für die Finepix F900 EXR. Bei RAW-Aufnahmen und JPEG- und RAW-Aufnahmen erreicht die F900 EXR für eine Kompaktkamera mit 6,1 Bildern pro Sekunde für 5 Aufnahmen in Folge ein gutes bis sehr gutes Ergebnis. Nicht weniger gut fallen die Auslöseverzögerung und die Fokussierungszeit aus. Sowohl die Auslösverzögerung als auch die reine Fokussierungszeit sind mit 0,01 bzw. 0,17 Sekunden sehr kurz. Sogar im sonst langsamen Telebereich benötigt die Fujifilm Finepix F900 EXR nur einen Tick länger zum Scharfstellen. Auch die Einschaltzeit der Kamera ist mit 1,46 Sekunden überzeugend. Das erste Bild ist zudem schon nach 1,43 Sekunden im Kasten. Bei der Geschwindigkeit gehört die Finepix F900 EXR somit zu den besten Reisezoom-Modellen und arbeitet sehr flott. Wie dkamera.de die Geschwindigkeit der Kamera testet, sehen Sie im Folgenden. dkamera.de testet die Geschwindigkeit der Digitalkameras in einem aufwändigen und technisch anspruchsvollen Verfahren. Der Testaufbau mit einem speziell für diesen Zweck geeigneten Geschwindigkeitsmessgerät verrät uns unter anderem die Bildfrequenz, die Auslöseverzögerung, die Fokussier- und Einschaltzeit. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle finden Sie im Testbericht unter dem Reiter Geschwindigkeit.